Das hier, das ist mein Schlafplatz für heute. Und alle gefühlt 10 Minuten wurde ich von das hier belästigt. Und nicht nur von solchen Zügen, sondern gerade von Güterzügen, also die hier Güter rumfahren, die haben mich heute richtig belästigt. Das war richtig geil gewesen hier zu schlafen. Das war, das war fantastisch. Und guck mal, ich werde hier von noch einem Zug belästigt. Jetzt ist hier ein Güterzug. Richtig geil. Der hat richtige Waggons. Der schleppt Güter rum. Das ist richtig verdammt geil. Das ist Fernseher. Voll geil. Das ist ein richtiger Kinofilm hier. Voll geil. Das könnt ihr auch mal machen hier. Jawohl. Der ist sogar richtig schlank, ey. Ein richtig langer Film hier. Der hat richtig viele Waggons. Das ist mein Lieber. Vielen Dank.